Willkommen zurück zu Stationeers. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sehe hier vor unseren alten Solarpanels, habe schon mal hier noch ein paar Kabel weggebaut und jetzt bauen wir hier mal unseren Generator ab, dass wir den Platz bekommen, um hier unsere Starkstromkabel an unsere Batterie anzuschließen. Dann können nämlich die ganzen Solarpanel da hinten schon mal Strom anliefern. Sie liefern jetzt alle so 490 Watt ungefähr, kurz vor 500 Watt. Und wir brauchen noch ein paar mehr Kabel, um diese Solarpanel, die wir hier oben haben, auch noch anzuschließen. Und bevor ich jetzt aber erstmal dahinter gehe, baue ich, ich hoffe mal das funktioniert, ohne dass wieder irgendwas durchbrennt, gerade mal noch hier unser Batterieladegerät wieder mit an. Schucken. Noch ist nichts explodiert. Das ist schon mal sehr gut, weil die Batterien, die müssen jetzt dringend wieder laden. Sonst habe ich gleich keinen Strom mehr. Ihr habt eben schon gehört, dass sich die Frau beschwert hat. Und dann fangen wir mal an, unsere Solarpanel hier wieder abzubauen. Wir haben noch eine Frage in den Kommentaren auf, oder der Vorschlag, das hier symmetrisch zu machen, quasi hier noch eine Reihe zu ergänzen. Ich denke mal, dass das werde ich dann auch machen. Das heißt, ich muss jetzt hier quasi dann das Kabel ein Stück zurückbauen. Und dann haben wir hier 3,3. Das sieht insgesamt tatsächlich ja noch einfach, ja, ein bisschen besser aus. Jetzt nehmen wir erstmal gerade unsere Solarpanel mit. Hoppla, bin ich ins Loch gefallen. Und dann können wir hier auch unsere Stahlrahmen wieder abbauen. So, welche machen wir denn jetzt weg? Lassen wir die einfach mal dran, weil der Ofen noch da steht. Aber das hier in der Mitte zum Beispiel, das können wir schon mal weg machen. Oh, es ist nur Eisen. Hm. Das ist schade. Das will ich nicht. Stahlplatten haben wir noch. Und das war's. Dann schaue ich dann gleich nochmal kurz in den Keller runter. Ich will sowieso runter, um Kabel nachzuproduzieren. Stahl müssten wir eigentlich noch genug unten haben, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was wir auf jeden Fall noch mitnehmen müssen, ist hier Kupfer und Gold, dass wir Starkstromkabel noch herstellen können. Ich brauche ohnehin eine Menge von denen, weil ich will ja mit dem Starkstromkabel letztlich dann bis in die Station rein, um dann in der Station die Batterie aufzubauen. Deswegen muss ich halt bis hier runter kommen dann damit. So, schmeißen wir jetzt gerade mal hier rein und fangen unser Starkstromkabel an. Und hier brauchen wir die Stahlrahmen. Na, da haben wir noch genug Stahl. Das heißt, wir haben hier sechs Stück. Die reichen mir eigentlich sogar erst mal. Sieben Stück. Dann habe ich jetzt noch sieben Stahlplatten oben. Da kann ich das alles mal auf Stufe 1 soweit schon mal schweißen. Die Frage ist, mache ich jetzt da wirklich 100 Starkstromkabel? Ich meine, Schaden tut's nix. Ja, ich weiß, Madame. So, da haben wir jetzt noch 49 von den normalen Kabeln. Das reicht mir aber auch. Also ich habe bisher noch 23. Das reicht mir zumindest, um die Steuerung anschließen zu können. Und sobald das jetzt hier erledigt ist, können wir uns schon mal heransetzen und die Vorbereitung für den Batterieraum dann bauen, wo wir dann letztlich die Batterien auch hin aufstellen. In dem Raum selbst, denke ich, mache ich keine Anzeige. Also über den Ladezustand, das kann ich hier an der Batterie dann auch ablesen. Mehr oder weniger. Das Ganze würde ich dann tatsächlich auf den Kontrollraum beschränken, den ich geplant habe. Aber dann müssen wir erst noch ein paar andere Sachen bauen. Als erstes tatsächlich eigentlich... Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wenig Luft. So, aber... Airconditioning ist aus. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal sterben. Also irgendwas ist da verbuggt. Der Helm ist zwar kaputt, aber er hält eigentlich noch. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie Probleme hätte, dass der Helm offen wäre und ich ihn reparieren müsste. Ich habe keine Ahnung, was das hier genau das Problem ist, aber... Ja. Es ist jetzt... Es ist jetzt mal so. Ich werde also vermutlich jetzt sehr gleich sehr tot sein. Und dann hoffe ich mal, dass es mit dem neuen Leben wieder etwas bereinigt ist. So, wir haben jetzt hier noch ein Solarpanel und dann haben wir gesagt... Moment, reichen... Was wünsche ich überlegen? Zwei Platz oder einen Platz, dass die sich nicht gegenseitig... ...das Licht wegnehmen. Ich probiere es jetzt einfach mal... ...mit einem Platz... ...zwischendrin. Und dann müssen wir einfach mal schauen... Ah, ich weiß, warum es so kalt ist. Die Batterie ist komplett leer. Das ist ein Problem, das können wir sogar lösen. Und jetzt steigt auch die Temperatur wieder. Okay. Das war zumindest das Problem aktuell bei der Temperatur. Dass ich trotzdem nur 8,2 Grad habe, ist eben... Ja, das, was ich mir nicht so recht erklären kann. Alles klar. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal... ...den Datenport. So, und hier... ...langt uns jetzt tatsächlich die Kurve. 1,2,3... ...so, und hier gehen wir wieder... ...nach hinten. Einmal außenrum... ...dreier kreuzung, dreier kreuzung und dreier kreuzung. Und jetzt habe ich auch schon... ...nicht mehr genügend normale Kabel. Aber auch da kommen wir irgendwie hin. So, das ist jetzt hier schon angeschlossen. Hm. Ich habe hier ja eben eigentlich was hingebaut. Das muss ich nur gleich mal schauen, wo das tatsächlich ist. Ja. Okay, keine Ahnung. Da haben wir jetzt unsere Dreier-Kreuzung. Gerade. Gerade Kurve. Dann machen wir das so, dass wir jeweils rechts und links... ...und Starkstromkabel zurücklaufen lassen. Müssen wir nochmal gucken, ob das... ...wie wir das hier machen. Ach, das ist alles unbefriedigend. Weil ich kann jetzt... Oh, habe ich hier falsch rum gebaut? Shit. Ähm, ich kann jetzt hier natürlich in der Mitte nicht zurückgehen, weil ich da ja... ...mein Datenkabel durchlegen möchte. Ich könnte allerdings, was ich machen könnte, ist, wenn ich doch das Stromkabel nur auf eine Seite lege, dass ich die Datenkabel... ...aber dann kreuzen sie sich trotzdem. Also egal, wie wir es machen... ...irgendwo würden sie sich kreuzen. Deswegen wäre das Beste eigentlich, wenn wir Strom rechts und links vorbeilegen und Datenkabel einfach in der Mitte durchziehen. Dafür... ...muss ich aber... ...mir hier was einfallen lassen. Ob wir dann hier einfach unten tatsächlich auch noch mit rumgehen und dann wieder hochgehen. Das ist zumindest was, was wir mal uns überlegen könnten. So, dann muss ich jetzt hier einmal kurz aufmachen. Freikreuzung. So, ich muss eins runter und dann um die Kurve. Und dann komme ich jetzt hier unten drunter durch. Ja, das würde soweit passen. Jetzt muss ich halt nur... Ich könnte natürlich auch, wenn ich jetzt hier die Datenports habe, einfach jeweils den Datenport noch bis rüber legen. Dann brauche ich aber halt trotzdem den Platz in der Mitte, um dann zur nächsten Reihe zu kommen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, wie rum wir es machen. Ach, schädlich hat er schon die Dinge eingebaut, ne? Glas. So, einmal zur Seite damit. Das weg, das weg, das weg. Das ist immer so. Gerade wenn man arbeiten will, dann werden die ganzen Batterien leer. Alles klar. So. Die sind abgebaut und jetzt kommen sie wieder hin. Nur, dass diesmal der Datenport an der richtigen Stelle sitzt. Glas. Überall noch rein. Da ist mein Starkstromkabel. Dann bin ich hier einst zu weit gegangen. Und wie ihr seht, wir brauchen halt auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Starkstromkabel. Die kann ich mir jetzt da drin nochmal holen. Ansonsten könnte ich, ne das ist eh noch nicht angeschlossen. Das Teil schon mal drehen. Aber das bringt mir jetzt noch nichts. Und hier die Datenkabel oder die kleinen Stromkabel. Die werde ich auch noch irgendwie mit abbauen dann. Die kann ich mir jetzt eigentlich gleich mal mitnehmen. Weil die brauche ich hier alle komplett nicht mehr. Und auch die brauche ich nicht mehr. Und so kommen wir langsam hin, dass wir aufräumen können. Und sobald dann hier auch die Batterie weg ist, können wir endlich die letzte Ecke vom Gewächshaus noch bauen. Aber das hat nach wie vor noch keine Priorität. Jetzt schauen wir uns erstmal das Elend hier im Keller an. Weil vermutlich 50 Millionen tausend Kabel rumliegen. Ich muss es erstmal schnell sortieren. Klar, es gibt den Snacker, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt einfach noch nicht. Und so oft brauche ich jetzt ja nicht, dass ich jetzt so viel Kabel produziere. 43 und wahrscheinlich die anderen, die ich mitgenommen habe. Nehmen wir mal 50 mit. Und... Nein, stopp. Genau, 50 hiervon, 50 davon. Jetzt kann ich hier einen Solarpanel noch anschließen. Und dann schauen wir mal, wo wir den Batterieraum unterbringen. Unten brauche ich ja noch ein bisschen Platz für den Filterraum. Den muss ich ja noch ein bisschen erweitern, beziehungsweise möchte ich ihn auch noch erweitern. Um eben das da nicht so auf den letzten Drücker alles irgendwie rein zu quetschen. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat, da habe ich schon ganz recht. Was er in den Kommentaren geschrieben hat, dass es einfach... Ja, besser ist, groß zu bauen. Weil dann kann man mal hier noch vielleicht was ergänzen, da noch was ergänzen. Und steht ja nicht vor dem Problem so, oh ja, hm. Jetzt habe ich hier keinen Platz. Na, vielleicht wenn ich das ein bisschen zusammenquetsche und so, dann geht es schon. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen es ja vernünftig machen. Drehen wir erstmal hier die Solarpanel wieder ein. Und dann, ja, hm, hm, hm. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Die Produktion ist 10 Watt und die 11 Watt, 12 Watt, 13 Watt. Und, ja, okay, also wenn wir eins zwischendrin haben, sollte es funktionieren. Zumindest von den Daten, die ich bis jetzt habe. Oh, da ist noch ein kleiner Ausreiser. Müssen wir nochmal noch drehen. Und jetzt haben wir insgesamt neun Solarpanel, die hier unseren Strom produzieren. In der Hoffnung, dass wir auch die Batterie dann ausreichend aufladen können. Dass wir dann die gesamte Situation betreiben können. So, nochmal 84 Watt, 130, 44, 45, was? Da muss wohl gerade irgendwo ein Sonnenspike gewesen sein. Auf jeden Fall, die, die geblockt sind durch die vordere Reihe, erzeugen genauso viel Strom wie die hintere. Dachte ich. 250, 60, 60. Dann sind die wohl doch ein bisschen geblockt. Ich habe leider keinen Sauerstoff mehr. Okay, das heißt, wir müssen dann mal testweise hier vorne die erste Reihe noch eins weiter nach vorne ziehen. Dass die Sonne da besser Platz hat. Ich meine, sobald die ein bisschen gekippt sind, ist es eigentlich egal. Aber ich würde es gerne mal einfach ausprobieren, wie es insgesamt dann ausschaut. Ob wir da noch ein bisschen mehr rausholen können. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder zu Atem gekommen bin. So, back in Business. Unsere Solarpanel haben sich ein bisschen weiter gedreht. Jetzt haben die hier 191 Watt und die hier 382 Watt. Um das Ganze jetzt einfach mal vernünftig zu testen, ich hoffe, ich bin schnell genug, baue ich das Ganze jetzt einmal weiter hinten auf. Müssen wir nur zusehen, dass wir genug Kabel haben. Ich mache das jetzt einfach noch mal so professorisch, dass wir dann später, wenn es funktioniert, nochmal richtig gemacht. Aber das sehen wir vermutlich erst am nächsten Tag, weil die Sonne jetzt schon so weit untergegangen ist, dass es keinen spürbaren Unterschied mehr macht. So, Starkstromkabel, einfach Katzen gerade raus und darüber 48 und der hat noch nichts, weil dem fehlt sein Glück. So, jetzt bin ich gerade mal minimal irritiert. Ach ja, kann ja nicht funktionieren. Die blöden Solarpanels sind nur untereinander angeschlossen. Weil ich genau hier eigentlich durch müsste. Okay, professorische Lösung. Einmal oben drüber, einmal durch. Zack. Wird natürlich noch richtig gemacht. Und hier drüben wieder runter. Mal was von hier vorne, dann treffe ich hier die Spitze besser. Aufschneiden, Dreierkreuzung rein und schon kippt das Ganze. Jetzt brauchen wir noch unsere Minus 90 Grad. Irgendwie ist noch ein Strom? Nein. 17% Sichtbarkeit und da sind es 50%. Wow. 17%? 100% Okay, mal gucken. Also wenn das funktioniert, dann haben wir einfach hier immer zwei, ja, zwei Frames. Weißer Rahmen Platz zwischendrin. Wird halt alles ein bisschen größer. Aber, mein Gott. Ist halt so. Ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendeinen Nachbarn haben, der den Platz bräuchte. Dafür kriegen wir auf jeden Fall ausreichend Strom zusammen. Was auf jeden Fall gut ist, dass die Batterie jetzt hier fast voll geladen ist. Und wir uns jetzt in aller Ruhe darum kümmern können, in der Station unseren Batterieraum vorzubereiten. Ich ziehe hier einmal wieder alles an und aus. Damit ich die Anzeige hier wieder habe. Und jetzt schauen wir mal unten, wie wir das mit dem Batterieraum machen. Wir haben ja hier so ein bisschen unseren Fertigungsraum. Den lasse ich jetzt auch mal als solchen stehen. Den können wir vielleicht später umwandeln in so eine Art, ja, Eingangsraum zum Keller. Mit so vielleicht ein paar Schildern, wo denn was zu finden ist. Erst, ich gucke jetzt einfach mal, wie es hier hinten ausschaut. Dann können wir, dann lassen wir nämlich die Felsen hier stehen und machen uns hier noch einen Gang hin. Dann kann natürlich passieren, dass wir jetzt ein kleines Problem bekommen mit dem Druck. Das werde ich jetzt gleich sehen, weil es besteht ja die Chance, dass ich mich jetzt hier wieder rausbuddel irgendwo. Aber da würde ich hier hinten dran irgendwo den Batterieraum anlegen. Das ist natürlich jetzt auch, ja, eine langwierige Buddelarbeit. Das mache ich dann auch, denke ich, zum großen Teil offscreen. Weil jetzt hier dieses Rausgraben im Video, denke ich, doch eher uninteressant ist. Ich habe auf jeden Fall hier oben ein paar Rahmen. Das könnten aber, das sind nicht fertig geschweißte Rahmen, das könnte der Rand der Station sein. Deswegen werde ich mir dann mal eine Farbdose nehmen, oben diese äußeren Rahmen ansprühen, damit ich hier unten sehen kann, ob das tatsächlich jetzt diese Rahmen sind. Weil dann muss ich erstmal oben quasi die Decke bauen, bevor ich hier unten weiter ausbauen kann. Oder habe ich ein bisschen zu weit gebaut, auf jeden Fall da oben zugeschweißt. Schauen wir gleich mal. Und wem es aufgefallen ist, wir haben wieder unsere normale Temperatur. Also es war irgendein Bug, den wir da hatten, weswegen wir nicht genug Druck mehr aufbauen konnten, äh Temperatur aufbauen konnten. Dann haben wir hier erstmal den Zugang gebaut. Und da geht es dann quasi einfach hinter in diesen Batterieraum, den werden wir nicht so groß machen müssen. Weil ich da einfach nur die Batterien zusammen hinstellen will, sodass man gemütlich vorbeilaufen kann, sich das Ganze ein bisschen anschauen kann. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo die Farbdose haben. Nein, die habe ich schon länger mal wieder gesucht. Aber da wir gerade 2 Pa minus 60 Grad hatten, befürchte ich fast, dass ich doch irgendwo hier oben die Oberfläche angebohrt habe. Okay, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Die Batterien, die stelle ich hier einfach nur hin. Ich brauche nicht unbedingt viel Platz, weil nicht viel Steuerung reinkommt. Höchstens vielleicht mal zum einen oder anderen ausschalten. Wir sprühen jetzt hier diese Rahmen gelb an. Und genau hier ist das Loch, was ich gemeint habe. Was ich hier gesehen habe, ist die Außenwand, die zugeschweißt ist. Das heißt, wir müssen dann hier, was gelb ist, das wird quasi unsere Decke. Das müssen wir hier rausziehen. Dann muss ich mir dann nochmal ein paar Rahmen bauen, um das Ganze jetzt aber abschließen zu können. Ich habe aber, glaube ich, nicht mehr genug Stahlplatten hier oben, oder? Hatte ich noch genug? Drei Stück? Doch, perfekt. Das passt noch. So, ich lege jetzt meine gelbe Farbdose hier auf das rote Feld. Falls ich es vergessen sollte, hier liegt unsere Farbdose. Und dann schweiße ich jetzt gerade mal hier den Rahmen zu, dass wir auch die Station wieder lüften können. Ja, komm, machen wir den nochmal noch auf den Anfang. Dann machen wir hier die insgesamt zu. Und dann ziehen wir das auf der Länge hier hinten ein bisschen raus. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir es machen. Vielleicht so vier, fünf Block weit. Das sollte erstmal für ein paar Batterien reichen, für den von den Stationären. Erweiterbar ist ja immer noch alles. Aber das machen wir dann das nächste Mal fertig. Wie gesagt, offscreen. Buddel ich mich da noch ein bisschen durch. Beziehungsweise setze oben schon mal die Wand hin. Und den Ausbau, den machen wir dann letztlich wieder zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020